Der Innenhof. Ich passe durch die Stäbe, aber sie sind zu breit. Ich gehe mal vor und sehe nach, ob wir da weiterkommen. Sie haben mich gerade fett genannt. Ich komm da durch! Los, da kommen wir durch! Was ist denn das? Dann lass doch mal Kekse regnen. Ich spüre, dass da noch mehr sind. Ja, sehen wir auch da vorne. Ja, ist geil. Jetzt kommen wir höher rauf. Und der hier liefert uns ein Geschütz. Und etwas Deckung. Hm. Tja, was nehmen wir denn? Welchen Riss? Nehmen wir den oder nehmen wir den mit denen? Boah, es sind aber viele, ne? Vielleicht. Gib mir das geschützt. Geschützt schnell! Ähm, muss ich jetzt erst... Ach, egal. Runter da. Das kriegen wir schon Aua hin. Okay. Dann haben wir halt ein Geschütz. Ich hoffe, das Geschütz ist auch auf unserer Seite, nur so nebenbei. Aber ich glaube, ja. Oh, fuck you! Ähm. Sorry, ich muss grad ein bisschen überlegen. Oh, fuck you, fuck you, fuck you! Nein! Ah, fuck! Oh nein! Oh, scheiße! Ich hab grad noch E gedrückt! Oh nein! Okay, jetzt geht's langer. Ein bisschen K.O. die Schuhe. Ich hab grad noch E gedrückt! Ihr seid so gemein! Okay. Ja, Moony ist grad nicht so meins, Lissi. Ich hab nix. Ja, es ist... Ich hab keine Salze mehr. Oh Gott. Okay, ganz ruhig. Das Ding ist kaputt, glaub ich. Ah, was machst du denn, Booker? Oh, the fuck! Ah, okay! Okay, ruhig bleiben, Kiri. Ruhig bleiben, nicht die Überleg verlieren. Ja, das hab ich grad verkackt mit der Gesundheit. Ich weiß, sorry. Dadurch, dass ich es zu spät gesehen hab, dass Elisabeth... ...nein was gewerfen wollte. Hat er grad Elisabeth gemeint damit? Oder wie soll ich das verstehen? Wir verdienen wie Soldaten zu sterben. Ich verdiene erst gar nicht zu sterben, aber das interessiert euch ja auch nicht so ganz. Äh, äh, äh. Mann, jetzt bin ich gestorben. Scheiße. Äh, äh. Oh, nun weil ich nicht eh so lang... Naja, egal, es ist... Ey, guck mal ne fliegende Stadt, ey, da gehen wir jetzt alle hin, Tybis. Oh, ja. Hä. So. Ist das ein Vogel? Hier drin oder drauf? Hä? Hä? Voll creepy, ganz so. Aber jetzt können wir auch die Risse benutzen von Elisabeth. Das ist natürlich super. Ich hoffe nur... Ich wollt mal gucken. Ich hoffe halt nur, dass ähm... Nur zu! Ich komm zurecht! Ja, aber das ist schön, dass sie... Dass das nix Schlechtes ist, dass sie die Risse machen kann. Weil wir wissen ja eigentlich überhaupt nix darüber. Wer sagt uns also, dass das... Jetzt nicht irgendwie so ein bisschen... Negativ oder irgendwas... Sie negativ beeinflusst oder so. Weil es ist ja einfach mal... Ach ja, öffnen wir mal ne neue Dimension. Das wird schon passen, Booker. Äh, äh, äh. I don't know, I don't know. So, hier bin ich hergekommen, ne? Hier ist noch ne Tür. Aber die kriegen auch ne Jock Jockey nicht auf. Höh! Aua! Okay, dann gehen wir mal weiter. Maschinengewehr? Ne, ich möchte bei meinem gerne bleiben gerade. Das passt schon. Oh, guck mal! Oh, der sieht kaputt aus, oder? Automat leer, aber ein bisschen Geld geklaut. Das ist ja auch schon mal was. Ah, Mini für die Karabiner. Schön. Okay. Ich würde mal sagen, Slade ist hier schon nah. Halt die Augen auf nach dieser Schoch-Jockey-Kraft. Jo, machen wir. Was denkst du denn? So, ich kann jetzt Teufelskusch-Kusch-Kusch-Kusch-Hilfe machen. Fügt Mini-Cluster für einen größeren Wirkungsbereich und mehr Schaden zu. Oh, ob ich das nehme? Oh, wir haben ja schon billiger. Verringert die Mengen an Salze? Hm, ich glaube, wir nehmen erstmal die Teufelskusch-Hilfe, ne? Genau, Fügt Mini-Cluster für eine größere Reichweite hinzu. Gut, das nehmen wir mal. Hört sich lustig an, finde ich. So. Was? Ich brauche Salze. Scheiße, ich brauche Salze. Oh, guck mal, hier ist hier ein Keynote. Rockenden Bronco haben wir. Das Lamm ist die Zukunft der Stadt. Der Spross des Propheten wacht in Mon Man Island aus über uns. Wann kommt sie zu uns? Nur der große Prophet weiß es mit Sicherheit. Ja, der Psycho, der Arsch, der sie da einfach eingesperrt hat wie ein Perverser und sie da den ganzen Tag beobachtet hat, ja? Also es ist schon krank genug. Sorry. Seht das Wunderkind, eine Propheseiung wird wahr. Nach nur sieben Tagen in Lady Comstocks Schoß kommt das Wunderkind zur Welt. Ja, ist klar, Tübi. Lady Comstock ist die richtige Mutter für dieses Wunder. Ja, ist klar, Tübi. Und er der richtige Vater, ne? Ist klar. Die Zukunft unserer großen Unternehmung liegt in ihren kleinen Händen. Was haben die überhaupt mit Lizzie vor? Ey, ihr creepy... Creepies Aschies eben, ey. Lass sie einfach in Ruhe, ehrlich. So, weil ich kaum noch Salze habe. Du bist so hilfreich, Elisabeth. Ich finde dich toll. Ja, ja, suche nach Slade, suche nach... Den Himmel beugt der Comstock das Knie... ...und sah in seiner... ...zu rar ist jener Schlag von Mann... ...wir heulen und schreien... ...vaterlingswald... ...und wieder verheilen... ...und der Himmel beugt der Comstock das Knie... ...für uns sah in seiner Kopf... ...und die... ...lechmänner-Bucke. Dazu wird Comstock uns machen. Mit Drähten und Hebeln... ...statt Köpfen und Herzen! Waren das vielleicht mal echte Leute, die... Wuuuh! Ähm, ähm... Tübi? Tübi? Okay, Tübi? Ich mach mal Beherrschung. Lass da. Okay. Scheiße, Bucke! Du Idioti! Ah! Lass mich! Nein! Fuck, fuck, fuck! Nein, die Medizin-Kids brauche ich! Scheiße, scheiße, scheiße! Fuck you, fuck you, fuck you! So. Sorry, das dauert grad ein bisschen länger. Ich glaub, ich muss da hinten raus, oder? Ich weiß es nicht. Das leuchtet nämlich so Gold. Ah, fuck you, Bucke! Wieso triffst du denn nicht? Verdammt! Verdammt! Komm! Gib mir Salze, gib mir Salze, gib mir Salze, verdammt! Oh! Ist das ein Arsch, ich weiß gar nicht, was ich bei dem machen muss! Der geht einfach nicht tot! Alter, dann nimm die scheiß Karabiner, verdammt nochmal! So! Alter, was ist denn... Siehst du, Bucke? Vielleicht bist du noch der, den ich kannte! Vielleicht auch nicht! Es spielt keine Rolle! Comstock hat unsere Geschichten und unsere Seelen ausgelöscht! Jetzt will er mich kriegen! Und wenn ich weg bin, bleibt nur noch die Lüge! Gib uns einfach, was wir brauchen! Davor mal abgesehen, haben wir davon damit nichts zu tun, du Arschi! So! Mein Gott, das war ja grad extrem das Viech! Sorry! Ah, Love Slate! Nicht! So, hier haben wir noch ein Kinnidoskop! Oh Gott, die Gegner werden immer arschiger! Ey, sorry! Eine Stadt trauert! Ja, aber nicht ich! Lady Comstocks Grab! In Emporia wird die Öffentlichkeit zugänglich gemacht! Kalamir wird die Opfer niemals vergessen! Verehrte Lady! Ja, ja, verehrte Lady! Ja, ja, verehrte Lady! Es ist echt noch ein bisschen schwer, muss ich sagen! Ähm, weil man muss sich doch auf viele Sachen gleichzeitig konzentrieren! Ein Gatling Gun? Nein, eigentlich möchte ich jetzt nicht, ähm... So, da muss ich lang! Okay, ich dachte, hier ist noch irgendwas! Aber sieht nicht so aus! Welche verschlossene Tür? Hä? Ich hab mich doch nur umgeguckt kurz, Lizzie! Die hier? Lust, ein Schloss aufzuknacken? Ha! Kinderspiel! Fertig! Creepy! Jock Jockey! Oh, haben wir es jetzt endlich? Da ist es, ne? Hä? Hallo? Aber... 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 Das ist doch... 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 Tybby, da liegt ne verdammte Flasche rum! Jetzt nimm die! Ist leer, ja! Ist leer, ist klar! Ist leer! Lila Blut! Für die Kasse! Bitte sehr! Danke, Süße! Ich danke dir! Oh, er hat immer Danke gesagt! Ha! Er lernt von mir! Hören wir weiter, wie man Elisabeth behandelt! So, kannst du die denn... Knacken? Eine Sekunde! Yay! Bitteschön! Danke! Naja, nicht viel! Aber haben wollen oder nicht haben wollen! So! Ich hole mal den Waffenautomaten ins... Hui! Elisabeth! Falls hier noch welche kommen... Ist das? Okay, gut, dass ich gerade noch gesagt habe... Dass ich... Oh, fuck you! Das wird jetzt eng! Wo ist denn Slatey? Slatey! Da komme ich doch gar nicht schlank! Warte mal, ich gehe mal drumherum... Aber jetzt habe ich hier schon... Wo ist der denn, der Typie? Okay, ich folge einfach mal!